Schubböden verrichten tagtäglich die härtesten Arbeiten, transportieren die schwersten Lasten. Das bedeutet höchste Beanspruchungen an sämtliche Materialien. Die Firma Fliegel hat hierzu die optimale Lösung. Wir stellen vor, der Fliegel Schubboden Typ Extralong ist der Meister seiner Klasse. Mit einem Leergewicht von 7580 kg kann er das Rekordvolumen von 101 m³ aufnehmen. Diese 101 m³ bedeuten eine maximale Nutzlast von 27 t. Das Rekordvolumen von 101 m³ bedeutet 10% mehr als der Standard. Das heißt für Sie konkret 10% weniger Fahrten. Dadurch geringerer CO2-Ausstoß, Schonung der Umwelt, das wollen wir ja alle. Und effektive Kosteneinsparung. Dazu kommt noch eine Vielzahl von serienmäßigen Highlights, sowie beidseitig begehbares Podest, Anschlüsse für Leitungen höhenverstellbar, Seitenwände durchgehend verschweißt und klappbare Leuchtenschutzblech. Ich hoffe, die Vorstellung hat Sie neugierig gemacht und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017